Cassie braucht kein Taxi Cassie Hummels, 33, ist ein vorbildlicher Promi und setzt sich statt ans Steuer gern aufs Rad, um von A nach B zu kommen. Wer braucht denn heutzutage schon ein Auto? Doch was tun, wenn das Rad eine Panne hat? Die Influencerin macht's vor und nimmt den Bus, wie sie es uns in einer Videobotschaft verrät. Frau Hummels ist umweltbewusst unterwegs. Die sportliche Cassie braucht keinen privaten Fahrer und auch kein Taxi. Als Plan B reicht ihr eine Fahrt mit dem Bus, um zu ihrem Kosmetiktermin zu fahren. Wie umweltbewusst von der Influencerin und Mutter von Sohn Ludwig III. Und das sogar bei strömendem Regen. Nachhaltigkeit im Nahverkehr Mobilität in der Stadt Wie sieht der Verkehr der Zukunft aus? Wo ist Mats? Aber Moment, hätte sie nicht auch ihr Ehemann Mats Hummels zum Termin fahren können? Der scheint wohl noch ganz fertig von seiner EM-Pleite zu sein. Mats und sein Team flogen im Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft nach einem 2 zu 0 gegen England raus. Auch Cassie war enttäuscht, wir sind alle traurig, verriet sie in ihrer Instastory nach dem Spiel ihres Ehemannes. DER cela ist ein fucking parach steiger,5 Guess! 3 paz委. DER kamuуть Pride-Entwehzone. DER CH Spring route z1 zu 1'0 DER ZB-HOgd. DER KUNCH. DER KUNCH. DER KUNCH.